Und hier der Atomkrater ist immer noch da, als Makel verschwindet. Das sind doch nicht so, wie gedacht. Wenn der Zug bis dahin ist, kann ich da einen Munitionszug für die Atomkraterie hinschicken und dann ist da Ruhe dort oben. Dazu muss das ganze hier erstmal fertig gebaut sein. Es fordert nichts. Schwiedervoll. Scheiße. Wie sieht es hier aus mit dem Thron? 5000 Pfeil. Also er hält das aus, wenn es gerade fällt hier ab. Da muss ich mir jetzt keinen Kopf machen. Und eine halbe Million da schon drin. Hier wird auch schon fleißig gebaut wieder. Ach, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Das wird alles. Das ist doch erstaunlich, wie es immer rangeht hier. Ich muss mich natürlich erstmal umdurch liefern lassen. So. Ideal. Natürlich eine wahre Freude. Muss ich eigentlich oben da hinsetzen. Aber ich laufe da eh wieder hoch. So. Zack. Weil hier dieses Eisen fällt weg. Und ich kann hier meine Ölindustrie schon mal langsam aufbauen. Weil hier sind drei Felder, die sozusagen vom Haus aus das ganze bedienen. Und dann wird halt umgestellt von diesen Ölfeldern später nicht mehr zur Basis, sondern zur Ölfabrik. Genauso wie von Kupferschmelze und Eisenplattenschmelze. Die ganze Sache dann kommt aus Kohle. Weil auch Kohle für Flüssigungen wird hier einen bedeutenden Teil einnehmen. Aber dazu muss halt hier drüben auch die Kupferschmelze dementsprechend mal vorangehen. Hier machen wir mal wieder die ganze Schiene Lämpfe. Hier das muss alles mit Lämpfe vollgeklatscht werden. Also mir ist bewusst, dass ich hier haufenweise Erde verbrauche und sonst was. Aber das ist erstmal völligst egal. So. 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 Possibility. So. 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 Das fällt. Das ist jetzt auch ein bisschen blöd, aber dann habe ich senkrecht und maagerecht. So, 2, ich denke hier kann ich schon wieder abrechnen das ganze, so, Influence und hier zack. Tausender davon. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der würde bis davor gehen. Hier wäre das Ende im Gelände. Das bedeutet, hier 2 daneben, 2 daneben, denn, so, ja 2, 2 daneben auch eigentlich schon ausreichen. Wenn wir das jetzt hinkriegen hier. Jawohl. So. So. Und. So. Erzfeld, 2, support. So. So. Zweifel noch ein Abholkleis. So. 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 Gut, ich brauche Gleise. So. 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 . So. So. so der rammelt da auch was zusammen das heißt, ich müsste den Support-Zug mal zum Support-2 schicken oder das kann man eigentlich auch mal löschen zack, weg damit das ist hier alles drin, das ist glaube ich Fliegelbezug ich hätte das richtig benennen müssen gut, okay, dann muss ich den dann mal so hinschicken und das mal einmal richtig als Blaupause abspeichern sonst habe ich hier glaube ich flohen und 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 denn Ich 20 plus. dann müsste es dann als nächstes zu mir gefahren kommen und dann läuft das denn eigentlich sehr schön so 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 hier hinzusetzen so so hier Ja, auf jeden Fall. So. Und auch hier nehme ich jetzt einfach mal das da hin und das weg. So. Hier das Ganze auch wieder mit. Na? Kann ich eigentlich so machen? So. So, na, na. Und das Datenkabelchen. Fügbare Logistiker. Ah, ja. Ja. X unter 15. 25. Zack. Z. Z unter 25. Zack. So. So. Lala. Jetzt haben wir nämlich das erstmal soweit klar. Müssen wir dafür bloß wieder Logik schon hier hin klatschen. Muss das so eigentlich vollkommen ausreichen. So. So. Oh das ist das. Dann kannst du, das mal raus machen. Das warrab벌 Б apostet удар! Also able. Da, das war vorsichtig. Du versuchst. Yeah das ist ja richtig! F 52. Da, das war wichtig.